Kennen Sie die Frau von Giovanni Sarela? Nein. Eine unglaublich gut aussehende Brasilianerin. Jana Ina. Jana Ina. Und die pure Lebensfreude. Das ist wirklich... Brasilianer. Nee, das muss man echt sagen. Ich habe die mal kennengelernt mit ihrer Mutter. Da kommt die Copacabana rein. Die deuten, hallo, ja. Und wirklich eine schöne Frau. Nicht eine von diesen Aufgespritzten so. Sonntags nach dem Tatort. Wollen wir über das... Das muss man doch mal sagen. Das muss man doch mal sagen. Das ist doch wirklich... Ich sitze doch zu Hause so klein, weil ich schon weiß, das darf ich wieder nicht sagen. Dann heißt es, oh Gott, was hat die denn mit dem Gesicht gemacht? Ich höre gerade die Frage. Kevin Kühnert spricht. Über Menschenrechte. Obwohl er Hemden trägt, wo ich sagen würde, die wurden nicht zum schweren Stundenlohn in Mailand genäht, sondern in Bangladesch von Kindern zusammengeklebt. Also, nächste Frage bitte.